Oh man ey, wirklich mal witzig. Immerhin einer. Es liegt auf Schnurri, jetzt sag ich's dir. Schnurri? Was für'n Schnurri? Ich muss dir auf jeden Fall sagen, ich war noch nie so bereit wie jetzt. Jetzt geht es ab! Jetzt geht's ab, meinst du? Ja, in der Casa de Pappel in der Arschloch. In der Arschloch. In der Arschloch. So, ich bin wieder ready. Alles klar. Roswell, jetzt erklär ich dir mal die grundlegenden Sachen eines Rainbow Operators. Ja. Und zwar, Rainbow ist an sich wie Japan. Wie Japan. Genau. Japan hat Hentais, Animes und Godzilla. Und Godzilla, ja. Genau. Was heißt das in Rainbow? Das heißt in Rainbow? Das heißt in Rainbow. Hier geht man runter. Hier geht man runter, okay. Das ist schon mal logisch, ne? Sehr logisch. Oh Gott. Schleichen ist für Loser. Draufgehend ist für Ballermänner. Und wir sind Ballermänner. Äh, nicht Hass, den muss ich folgen. Genau. Weil ich bin nicht Hass. Das will nicht, dass man Bezug auf eine Person findet, die ich nicht will. Logisch so weit, ne? Ja, das ist logisch. Wieso haben wir eigentlich einen Recruiting-Tree? Nein. Weil, ähm. Ein Halbdags, die manchmal nicht so geil sind. So, Mignon. Und jetzt machen wir das, wird in Asien sehr bekanntes. Anlauf, kein Gleitgeld. Vondage, ab geht die Falle. Das ist die Umsetzung. Aber das ist jetzt nichts. Ja, passt rechts auf, äh, links von dir auf. Oh! Okay, ich mach auch. Ah! 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 Mutti! Oh Gott! Nice! Toleranz mit Untoleranz Wie mach ich nochmal, ja Westen Hier, Jacke, da Geil Junge Wie mach ich nochmal mit? Das war Pungin Das war's nicht Das war's nicht Das war's nicht Warte Ups Wie geil So, komm Und die Moskau hier immer noch hinterher zieht, sonst muss ich hier irgendwie im Stöpsel neu reinsteigen Im Stöpseln bin ich gut Hehehe Wow Ähm Was? Nice Upsi So Komm schon Wer hat Defuser? Hehehehe Oh Money Hehehe Hehehe 40% Geil Pecky Opening Ich bin bei 8,5 Jetzt bin ich Alpha Jetzt bin ich Alpha Oho Der Alpha Das sehe ich nicht Heute bin ich Das ist Alpha Sven Ja Nein, nicht Internet Lass Lass es nicht zu Ende gehen Sven Wir müssen die Geisel zurückholen Janik Sven Das mich Jetzt wieder her Ja, ja Internet, fang dich Fang dich Internet Fett Willst du den Pokéball Sven Nimm den Meisterball im schlippen Fall Bin ich jetzt hier reingekommen Hey, ich bin wieder da, ich kann mich wieder bewegen Geil Geil ist das Dann bin ich wieder Dann bin ich wieder Dann sind wir wieder da Ah Du guckst vor dem Feuerball Junge Bum Bum Glech ist mir offen Hehehe Hehehe Blitzy pass auf My Blitzy line is over the ocean Das ist eine Caveira Oh Caveira Ja, sag dich doch Oh, der wird schnapp geschossen Blitzy Blitzy line over the sea 回 Der hat Reifen verloren Der hat Reifen verloren Der hat Reifen verloren und da treppe treppe aua das ist ein doktor doch das tod sehr geil zwei gegen eins machst es wieso schon wieder können sie es ergreifen sven wo sie denn das hat ge... internet wo ist die fucking geise denn draußen die wird nach draußen gebraucht ach so was gutes du musst beschütze ihn sehr geil der blitzy hat's gemacht wie wir den arsch gerettet haben ich hoffe mein internet bleibt jetzt einigermaßen stabil zumindest für zwei runden ja ich behalte dich im auge ja das ist nicht gut dafür brauchst du eine beste dann ist der fuß sehr wach also wieso sind wir nur zuviel weil virtual van dyke gegangen ist okay aber wieso haben wir wieder diesen scheiß raum ausgesucht aber der raum ist kacke weil gleitcreme den raum gefördert du lebst noch oder ich hab grad action okay dann kill die mal eine ewigkeit später so ja oh der andere ist bei mir Sven dein internet NEIN fang es ein bevor es wegläuft es heißt wohl wenn du was liebst muss es gehen lassen und wenn es wieder kommt liebt es dich auch aber geh diesen versuch nicht ein gibt es die anzeige gar nicht mehr mit laden oder so was mit laden da war ein krasser Ficker glaub ich ah du wusstest Jungfrauen sind nur für das Land deswegen haben sie sich deswegen vor allem so haben ihnen viele gefolgt wenn Sven du kannst doch nicht Internet Probleme kriegen wenn ich lustige Sachen erzähle ich bin doch nur aus der Gefängniszeit raus das gegen deine Religion ich verstehe dich nicht du bist unser Gefecht stein alter heute bin ich wieder dermaßen auf der parma ich könnte ausrasten ha ha Da ist er weg, der Junge. Hass! Ja, Hass. Hass passt auch. Hass! Hass ist auch gut. Genau. Hass. Du verstehst das Prinzip, Seth. Boy! Du verstehst das Prinzip. Naja, kannst du auch noch mal bei dir wählen. Du weißt bescheiß. Oh Mann ey. Ich weißt bescheiß, ey. Ich weißt bescheiß, ey. Alles gut. Boah! 3 gegen 4, das geht ein Typ verlässt auf. Wir wissen jetzt, okay, kein Cookie mehr, keine Chance. Ja, jetzt funktioniert das Internet bestimmt wieder, ne? Ich liebe Telekom weg, mach reißen wir. Wir haben alles gefixt. Nix habt ihr gefixt. Ja, ne? So anfangen zu sein. Oh! Oh! Kuck. Jedes. Smile. Please have me. F**k. It's okay. Hase! Janik! Hase! Janik! Hase! Hase! Du hast mehrere Namen von mir schon gesenkt. Kennst du alle? F**k. F**k. Ich um ein JJ, das bin ich okay, okay, wenn ich ihn nur sehe. Ach Janik. Weißt du, hier ist gerade ein richtig trauriger Moment bei mir. Mein Herz blutet schon. Mein Herz blutet schon. Ich um ein JJ, das ist die Tür, die ich nicht nur sehe. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Janik! Schnürze! Was ist denn los? Finale. Schaffst du's? Ja, Kieseku gewonnen. 1 gegen 1. Geil! Ich habe gerade 1 gegen 1. Alles klar. Ich habe gerade 1 gegen 1. Ich habe gerade 1 gegen 1. Hase! Hase! F**ken! Kieseku! Ja, easy! Da sehe ich mich doch. Oh! Glückwunsch! Geil! Glückwunsch zu dem geilen Sieg! Ja! Löff den in den Osten! Das sind nur 3 Leute, yes! Du wolltest ja nicht mehr. Ich wollte wohl, aber Telekom sagte nö. Da sage ich nur 1. Pfff! Du Process. Du hast nur 2 Leute. Du hast nur 2 Leute. Irgendwie. Du hast nur 3 Leute.